Hallo und herzlich willkommen, liebe Heartstone-Freunde zu einer weiteren Episode Heartstone Wild, ja, ich habe in der letzten Runde schon Wild gespielt und ich mache jetzt eine kleine Zugabe, ne? Eine kleine Zugabe und zwar habe ich auf dem letzten Mal Niemand kennt mich Deck gespielt Schurke im Wild Mil, äh, äh, Mil, ähm, Enso, ne? Yo Cool war es gewesen Inspiriert davon möchte ich jetzt einen Mil-Druiden machen Mil-Druide-Wild Oh ja 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 Baum des Lebens Ähm Karte Oh ja 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 Heilpurt. Was habe ich vergessen? Junge Braumeister. Äh. Hier, Mama. Ich kann natürlich auch noch die kleinen Spots einbauen, den in Google und so. Hm. 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 Nee, nee. Das reicht schon so. So laseriert. Mildruide weilt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und los geht's. Malfurion gegen Medivh. Mögen die Spiegel bringen. Ich muss die Wildnis schützen. Mögen die Spiegel denken. Mögen die Spiegel. Mögen die Spiegel. Wiem. Ja. Guck mal. So, schauen wir doch mal. Wohl der Nacht. Rayman. Gut gespielt. Imperator. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Gut gespielt. Gut gespielt. Schauen wir mal. Schön laufen ist anders, aber wird schon. Interessant. Lucky boy. Okay. Ist ein echt nice Block oder was? Könnt sein, ne? Die Erdenmutter ist nah. Tja. Not so lucky. Muss man sagen. Ach, den habe ich bei mir vergessen völlig. Ah. Ja, den habe ich natürlich bei mir vergessen. Den muss ich nur einbauen. Ich fürchte den Tod nicht. Ich bin ein Alophora. 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 Ich fürchte den Tod nicht. Lass die Schmerzen sprechen. Na klar. Das machen wir schon. Wie können wir sprechen lassen? Ah, die Weite, Weite. Lucky boy. Das war's. Die Macht von Ragnaros! Ich habe dich bewahrt! Meine Hand ist zu voll! Ich? Egentlig! Weißt du was, Tja? Was ist denn da los? Boy, oh boy! Ja, ja, ja! Meine Hand ist zu voll. Bitter Gewitter, vielleicht macht er mich jetzt hier ein One-Turn-Kill mit den beiden Mages. Was ist das? Ich habe fast keine Karten mehr. Ich habe fast keine Karten mehr. Vielleicht? Ich bin die Essenz der Magie. Oh, oh, der wird mich One-Turn-Killen. Ich habe keine Karten mehr. Ich bin die Essenz der Magie. Vielleicht? Ja, rechne du. Ich hoffe es reicht nicht. Interessant. Vielleicht? Nein. Wäre natürlich cool wenn die vorher stirbt damit die auch beschworen wird. Aber ich muss das jetzt spielen. Die Essenz eurer Seele. Bitter Defer. Bitter Defer. Starb! Hammer! Starb! Bitter Defer. Gut gespielt. Dieser, dieser Diener hat bereits angegriffen. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Der Zeit wartet auf niemanden.